Hallo meine lieben Freunde der tiefgründigen Unterhaltung. Heute soll es um das Thema des Risikos gehen. Für die einen ist das Risiko genial, wenn sie ins Casino laufen und sagen, endlich wieder ein bisschen Risiko eingehen, endlich wieder ein bisschen was gewinnen oder eben verlieren. Und für andere bedeutet Risiko, sich nicht zu trauen, in ein Flugzeug einzusteigen. Doch warum wir alle ein Problem mit Risikokompetenz und Risikoeinschätzung haben, erklärt uns heute, übertragen über meine Person, Gerd Gigerentzer. Ich habe mir nämlich sein Buch angeschaut, das mit dem gleichen Titel Risiko daherkommt. In diesem Buch geht es um Medien, es geht um Wissenschaft, es geht um Medizin und es geht um uns selbst. Und vor allem geht es auch darum, wie wir selbst aus dieser Misere herauskommen. Viel Spaß. Zunächst müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wer ist Gerd Gigerentzer? Gerd Gigerentzer ist Psychologe und seit 2020 arbeitet er als Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz in der Universität Potsdam. Das heißt, sein Steckenpferd ist die Risikokompetenz. In dieser Hinsicht hat er auch schon massenhaft Vorträge vor Ärzten, vor Medien und auch vor staatlichen Institutionen gehalten, um die Gremien und die Menschen dort aufzuklären über statistisches Verständnis und über Risikokompetenz. Beginnen wir mit den Medien. Wir alle wissen, dass Medien dazu konstruiert sind, uns Schläge zu verpassen. Und zwar Schläge im Sinne von Schlagzeilen. Und diese Schläge können manchmal richtig wehtun, weil sie einen mit Angst und Verzweiflung behaften. Beispielsweise in der C-Problematik, aber auch bei anderen Geschichten ist es immer wieder üblich, in Medienhäusern große Zahlen zu verwenden, um die Menschen unsicher und angstbehaftet zu hinterlassen. Auf der anderen Seite sorgt das dafür, dass die Leute, wenn sie die Schlagzeile sehen, unglaublich schnell Angst bekommen, wissen müssen, was das eigentlich ist, sich die Zeitung kaufen, sich den Artikel durchlesen oder das Ganze auf dem Handy sich zur Gemüte führen und sich denken, oh mein Gott, wie schlimm ist eigentlich die Welt. Und auf diesem Angstkonzept basieren die Medien, zumindest in der häufigsten Form. Häufig wird Haltungsjournalismus betrieben, häufig wird mit Moral anstatt mit Daten, Zahlen und Fakten argumentiert, sodass die Menschen immer emotional dabei gehalten werden. Um diese Emotionalität zu erreichen, werden häufig sogenannte relative Wahrscheinlichkeiten genutzt. Relative Wahrscheinlichkeiten sind deswegen so gut zu nutzen, weil sie eben nur relativ sind. Das heißt, man kann Dinge aus einer Studie beispielsweise ziehen, die relativ gesehen zum Beispiel so und so sind, absolut, in absoluten Wahrscheinlichkeiten, sich aber ganz anders darstellen. Und damit schafft man es häufig, den Menschen durch die relative Wahrscheinlichkeit, die meistens deutlich schlimmer aussieht, ein Bild zu suggerieren, was, wenn man die absolute Wahrscheinlichkeit hätte, überhaupt nicht der Fall wäre. Ein anderes Thema in den Medien ist häufig das Massensterben. Beispielsweise nach einem Flugzeugabsturz. Wir haben den Flugzeugabsturz und es sterben viele Menschen gleichzeitig. Wenn Menschen aber durch gewisse Krankheiten über lange, lange Zeit sterben, dann kommt uns das nicht so schlimm vor. Weil im Menschen programmiert die Angst davor ist, dass die ganze Population oder meine ganze Gruppe, in der ich lebe, ausstirbt. Und deswegen sind große Sterbezahlen für uns immer immens schlimm. Dabei sterben andere Menschen an vermeidbareren Geschichten viel häufiger. Die haben wir aber nicht auf dem Schirm, weil sie uns nicht in der Form präsentiert werden, wie sie vielleicht auch interessant für uns sind, weil diese Sensation fehlt. Es fehlt diese Sensation der Hunderten auf einmal, die gestorben sind. Und da kommen wir zu einem interessanten Phänomen. Beispielsweise nach 9-11 wollte keiner mehr Flugzeug fliegen. Und die Leute haben sich viel lieber in ihr Auto gesetzt und sind in den Urlaub gefahren. Doch rein statistisch gesehen und aller Wahrscheinlichkeit nach, reicht es, wenn man 20 Kilometer zum Flughafen fährt, um ein höheres Risiko zu haben, mit dem Auto zu versterben bzw. einen Unfall zu bauen, als im Anschluss mit dem Flug ein Problem zu bekommen. Das bedeutet, wir schätzen das Risiko völlig falsch ein, weil wir sagen, Fliegen ist ja viel gefährlicher. Nein, Autofahren ist viel gefährlicher. Und 20 Kilometer machen, jegliches Risiko des Fliegens kleiner als das Risiko des Autofahrens. Und ganz zu schweigen davon, wenn man über 20 Kilometer zu einem Flughafen fahren muss. Und dabei ist es irrelevant, welchen Flug man antritt, wie weit der Flug ist, ist dabei völlig irrelevant. Und es reichen 20 Kilometer. Da muss man sich mal überlegen, was es bedeutet, wenn man z.B. täglich pendelt, was das für ein Risiko birgt im Vergleich dazu, wenn man z.B. täglich irgendwo hinfliegen muss. Sehr interessante Sache. Dann leiten wir mal über zum Thema der Medizin. In der Medizin herrscht ein Riesenproblem. Und zwar das Problem, dass die Fachkräfte, also Fachärzte beispielsweise, häufig ein Problem damit haben, Risiken richtig einzuschätzen und dementsprechend auch z.B. die Wahrscheinlichkeiten richtig einzuschätzen, wenn es um verschiedene Testverfahren geht. Und wir brauchen gar nicht in die aktuelle Situation zu gehen, wo viele Schnelltests gemacht werden, die ganz, ganz häufig falsch positiv oder falsch negativ sind, sondern es reicht, wenn wir uns die häufigste Krebsform der Welt anschauen, und zwar den Brustkrebs. Beim Brustkrebs ist es so, dass immer wieder auf das Brustkrebs-Screening verwiesen wird. Und das Brustkrebs-Screening ist ein Verfahren, das dafür sorgen soll, dass die Menschen eben eine Früherkennung des Brustkrebses haben, um schnell dagegen vorzugehen, um eben auch nicht so häufig daran zu versterben, um noch mehr Lebenszeit zu bekommen. Und dabei gibt es Überlebensraten und es gibt Sterberaten, es gibt 5-Jahres-Überlebensraten und so weiter und so fort. Und die Pharmaunternehmen sind natürlich nicht so blöd, um Tests negativ darzustellen, indem sie z.B. sagen, dass Tests gar nicht so zuverlässig sind, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Und deswegen nehmen sie die Daten, die gut für sie aussehen, die sie in den Studien festgestellt haben, und geben diese sozusagen weiter. Und wenn dann ein Arzt bei einer Fortbildung ist, die Fortbildung zufällig auch noch von einem Pharmakonzern übernommen wurde finanziell, dann bekommen die natürlich dieses Testverfahren nahegelegt und dann sagen die denen die tollen Zahlen, die dieses Testverfahren herbeigebracht hat. Und dann überträgt jeder Arzt diese positive Stimmung dieses Tests auf die Patienten. So, jetzt gehen wir mal näher rein. Das Brustkrebs-Screening. Was bedeutet es für eine Frau, wenn so ein Testergebnis positiv ist? Die Frau ist völlig am Ende. Die Frau ist am Boden. Die Frau macht sich Sorgen. Die Frau hat Angst, jetzt an Krebs zu sterben. Der Punkt ist aber, dass von zehn Frauen, die einen positiven Brustkrebs-Ergebnis haben, also positiv einem Brustkrebs-Screening ausgefallen sind, nur eine einzige Frau Krebs bekommt oder wirklich Krebs hat. Eine von zehn. Das sind quasi zehn Prozent. Das heißt, 90 Prozent waren quasi falsch positiv. Doch die meisten Ärzte und der Gigerenzer schreibt in seinem Buch, dass er 65 deutsche Gynäkologen unter anderem gefragt hat, was sie denn ihren Patienten sagen, wenn die sie fragen, ja wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass ich Krebs habe? Antworten die meisten mit weit über 50 Prozent, also dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie jetzt Krebs haben. Dabei sind es eben nur zehn Prozent. Nur ein einziger von zehn. Aber bei allen werden Folgeuntersuchungen durchgeführt. Und diese wiederum können Schäden hervorrufen. Allein schon dieser negative Input, dass man Krebs hat oder haben könnte, ist für die Menschen so immens, dass wir die Auswirkungen dieser Aussage wirklich in Frage stellen müssen. Beziehungsweise beleuchten müssen, was das mit Menschen macht, wenn sie so eine Diagnose bekommen, die meistens, in den meisten Fällen, eine Fehldiagnose ist. Und wie gesagt, ich möchte da den Ärzten nicht so nahe treten, sondern es geht darum, dass es darum geht, dass die Fachpersonalien oder das Fachpersonal versteht, was es da sagt und sich auch mit Statistik und Risikokompetenz in dieser Hinsicht auskennt. Dass überhaupt Brustkrebsscreening für erfolgreich gehalten wird, liegt an einer Studie, die das Ganze beweisen soll. Und diese Studie hat untersucht, 1000 Frauen auf der einen Seite gegen 1000 Frauen auf der anderen Seite. Die eine Gruppe hat ein Brustkrebsscreening durchgeführt und die andere nicht. Die Gruppe, die ein Brustkrebsscreening durchgeführt hatte, haben dabei 5 von 1000 Menschen, also Frauen in dem Falle, Brustkrebs bekommen. 5 von 1000. Die Gruppe, die kein Test durchgeführt hat, da haben 6 von 1000 Brustkrebs bekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, sozusagen zu erkennen, dass man am Brustkrebs erkrankt ist, ist gerade mal um 1 von 1000 erhöht. Ja, 1 von 1000. Also eine Frau auf 1000 wird mehr erkannt, wenn man regelmäßig das Screening macht. Nur eine einzige von 1000. Das ist nicht wirklich viel. Und wenn man das in absoluter Wahrscheinlichkeit, so wie jetzt darstellen würde, würde man auch denken, das ist wirklich nicht so viel. Warum sollte ich das denn machen? Eine von 1000? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich die eine von 1000 bin? Naja. Aber das kann man auch so verkaufen, dass der prozentuale Anstieg 20% ist. Aber das ist ein relativer Anstieg, denn von 5 auf 6 sind es in dem Fall 20%. Also kann man sagen, 20% häufiger wird Brustkrebs erkannt. Aber 20% und einer von 1000 macht einen ganz anderen Eindruck. Man hat einen ganz anderen Eindruck. Da denkt man nämlich bei 20%, jeder vierte wird häufiger erkannt. Aber nein, es ist nur einer von 1000 mehr. Und dementsprechend muss man sagen, Brustkrebscreening, das ist nicht so zuverlässig, wie man sich das vorstellt. Die Ärzte glauben aber, es wäre andersrum. Und natürlich wird damit auch Geld verdient und eine Scheinsicherheit geschaffen. Nur man muss sich überlegen, was ist der Preis für diese Scheinsicherheit? Diese Scheinsicherheit ist häufig ein Risiko, das man glaubt, man hätte es. Man hat es aber gar nicht, weil es eben nur einer von 10, der positiv getestet wurde, wirklich hat. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und weil das so heftig ist, kommt direkt das nächste Beispiel mit Prostatakrebs. Beim Prostatakrebs gibt es ja die sogenannte Prostatakrebs. Prostatakrebsuntersuchung. Und die Prostatakrebsuntersuchung, und das ist definitiv beweisbar, das kann jeder gerne nachschauen, es macht keinen Unterschied, ob man die Untersuchung macht oder nicht. Die Menschen, die eine progressive, also eine aggressive Form dieses Krebses haben, sterben genau nach der gleichen Zeit. Die leben nicht länger, die sterben nach der gleichen Zeit. Es sterben die gleichen Menschen, sozusagen, also der gleiche Prozentsatz, also von der Häufigkeit her, stirbt am Schluss. Nach der gleichen Lebensdauer. Ob mit, ob ohne Test. Nur, dass man bei dieser Untersuchung natürlich auch Probleme bekommen kann. Oder jedes Mal die psychischen Probleme hat, im Sinne von, habe ich es jetzt, habe ich es nicht. Vielleicht mal ein Positives, was aber nicht wirklich positiv ist. Und jetzt kommen wir zu dem Grundproblem. Erstens müssen sich die Fachkräfte, dürfen sich nicht so viel aufschwatzen lassen. Die müssen selber kompetent genug sein, um das einzuschätzen. Auf der anderen Seite müssen wir Menschen kompetenter sein, indem wir sagen und fragen, naja, wie zuverlässig ist das denn jetzt überhaupt? Dass man nicht nach Hause geht und denkt, oh mein Gott, jetzt habe ich das, und jetzt habe ich das, oder jetzt habe ich das. Wir müssen anfangen zu fragen. Und dann, wenn wir anfangen zu fragen, müssen die Ärzte anfangen nachzuschauen. Weil viele wissen es schlichtweg nicht. Und wenn man einen aufrichtigen Arzt hat, dann sagt er, ich weiß es vielleicht auch einfach nicht, ich muss nachgucken. Und dann guckt er nach und dann ist er vielleicht selber überrascht. Aber es geht darum, dass wir selbst fragen, weil der wird von alleine nicht auf die Idee kommen, nachzugucken. Zumindest meistens nicht. So, und jetzt kommen wir natürlich zum schönsten Thema, der Wirtschaft. Es muss ja schließlich Geld verdient werden bei der ganzen Geschichte. Und wie wir genau wissen, war es ja 2007, 2008, beziehungsweise 2008, 2009 so, dass wir die schöne Immobilienkrise in den USA hatten. Wir hatten einen schönen Aktiencrash, wir hatten ein Riesenproblem, weil viel zu viele Leute Aktienpakete gekauft haben, von denen sie keine Ahnung hatten und dementsprechend kam es zu richtig heftigen Problemen. Und auch da war es wieder so, dass das Thema Risikokompetenz ein Riesenschlagpunkt ist. Denn wären die Menschen risikokompetenter gewesen, indem sie gewusst hätten, was sie da kaufen, wäre es nicht dazu gekommen. Das Problem ist aber auch, dass die Banken auch eine gewisse Kompetenz, in der sie in Sicht brauchen, dass sie eben keine Finanzprodukte oder etwas verkaufen, was sie nicht sind. Und wenn man natürlich ein System hat, in dem Banken so groß und stark geworden sind, dass sie quasi machen können, was sie wollen, weil wenn sie untergehen, sie durch Staaten gerettet werden, dann braucht einen auch nicht zu wundern, dass diese Banken irgendwann machen, was sie wollen und nicht mehr dafür da sind, den Menschen zu dienen, sondern nur noch sich selbst dienen. Doch was kann man daraus lernen? Kaufe keine Finanzprodukte, die du nicht verstehst. Ganz einfache Regel. Generell. Mach nichts, was du nicht verstehst. Und wenn du es verstehst, kannst du Fragen stellen und kannst noch mehr verstehen und dann kannst du dich dafür entscheiden, es zu tun oder nicht. Eigenverantwortlich und selbstverantwortlich. Und nicht blind, was dir irgendjemand empfohlen hat. Und ein weiterer Bereich in der Wirtschaft ist die Führung. Und bei Führung und Management werden häufig komplexe Systeme angewandt, um gewisse Probleme zu lösen. Nur laut Gigerentzer ist es so, dass es häufig so ist, ist, dass wir wirklich gute Personal, wirklich gute Menschen, gute Führungskräfte intuitiv handeln und mit Faustregeln handeln. Weil Faustregeln und Intuition etwas mit unbewusster Intelligenz zu tun haben. Zu sagen, ich habe ein negatives, schlechtes Gefühl bei der Sache, ist nichts, was von ungefähr kommt. Es ist unbewusste Kompetenz. Und diese unbewusste Kompetenz hat eben jemand, der sehr erfahren ist, der viel erlebt hat und der vom Gefühl heraus schon sagen kann, ob er das für richtig oder falsch hält und Faustregeln anwendet, die in verschiedenen Situationen gut funktionieren, ohne dabei zu komplex zu werden. Und der Punkt ist, dass man natürlich jetzt sich denkt, okay, ich bin ja kein medizinisches Fachpersonal. Wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe, dann sagt er mir das und dann muss ich ihm das glauben. Nein, das musst du nicht. Zum einen ist es so, dass es inzwischen gute Seiten im Internet gibt. Davon werde ich dir auch zwei, drei, wo man verlässliche Daten bekommen kann, in die Videobeschreibung schreiben. Da kannst du gerne mal nachgucken in gewissen Bereichen. Und auf der anderen Seite kannst du fragen. Lass dir Dinge erklären. Lass dir die Risiken erklären. Lass dir die Wahrscheinlichkeiten erklären. Frage einfach. Es tut nicht weh. Und die Fachkraft ist dazu da, um es dem Nichtfachkraftigen sozusagen zu erklären, dass er es versteht. Denn es ist dein eigener Körper, mit dem die Dinge gemacht werden. Und nicht irgendein Gegenstand. Und zum Abschluss möchte ich dir noch ein kleines Zitat von Immanuel Kant zugute geben. Denn dieses Zitat ist für mich eins, was mich schon länger begleitet und für mich immer wieder den Kern der Aufklärung beinhaltet. Nämlich das, was wir eigentlich als Bürger für eine Verantwortung haben. Und diese Verantwortung liegt darin, uns Wissen aktiv anzueignen oder danach zu fragen und dadurch selbst kompetenter zu werden. Dadurch selbstständiger zu werden und dadurch mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Was ist Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Immanuel Kant und in diesem Sinne hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat. Ich habe versucht, verschiedene Bereiche aus dem Buch kurz wie möglich und verständlich wie möglich, aber eben auch leicht in die Tiefe gehen, zu beleuchten und ich hoffe, du konntest davon was mitnehmen. Wenn dich dieses Buch interessiert, die Details interessieren, wenn du dich mehr einarbeiten willst, was ich dir natürlich empfehle, dann kannst du dir sehr gerne unten einen Link anschauen. Das ist ein Empfehlungslink, über den du das Buch bestellen kannst, wenn du das möchtest und da bekomme ich ein klein bisschen davon als sozusagen kleine Provision und du hast was davon, weil du dieses Buch liest und dich dadurch ein ganz großes Stück kompetenter machst. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche dir einen wunderschönen, kompetenzreichen Tag. Mach's gut. Ich wünsche dir es. Ich wünsche dir Vielen Dank.